Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Auswärtsspiel an diesem Samstag beim SV Wien Wiesbaden. Wir erwarten bis zu 700 Gästefans aus Elversberg vor Ort. Und ja, für uns wurde es das dritte Spiel in einem Kalenderjahr gegen Wien Wiesbaden. Das hat man glaube ich auch nicht so oft. Wir hatten gerade das letzte Spiel gegen Wien ja doch in einem sehr emotionalen Zustand, sag ich jetzt mal Horst, sind das auch Erinnerungen, Gefühle, die man immer noch so präsent hat? Oder bist du schon zu 100 Prozent auf diesem Samstag? Ne, es ist schon so, dass die Vergangenheit da doch noch ein bisschen mit rein spielt. Ich bin auch froh, dass die Wien da mit aufgestiegen sind, dass wir sie jetzt auch in der Liga als Gegner haben. Ja, und freue mich auf eine Partie. Wir haben bisher, glaube ich, noch nicht gewonnen, soweit ich weiß, gegen Wien Wiesbaden. Insofern haben wir das natürlich vor, auch dann zu ändern auswärts und wollen gucken, dass wir wieder eine gute Leistung bringen. Klar ist, dass wir eine ordentliche Partie gegen den HSV gemacht haben, dass wir da was mitnehmen wollen in die nächste Partie, aber eben auch gefordert sind, genau das wieder abzurufen, was wir bisher gegen den HSV gut gemacht haben. Wien hat mit Sicherheit auch einiges mit in die neue Saison genommen. Trotzdem auch ein Kader, der sich sehr verändert hat im Vergleich zur Vorsaison. Gibt es Parallelen und wo sind die Unterschiede? Ja, es ist schon von der Spieleweise doch relativ ähnlich. In der Dreierkette hat er überwiegend spielen lassen oder eigentlich fast nur spielen lassen. Wie sie sich davor positionieren, das ist immer wieder mal angepasst an das, was er vielleicht gerade auch möchte oder was der Gegner anbietet. Da müssen wir auch variabel sein und uns auf verschiedene Dinge einstellen. Aber letztendlich sind doch einige Spiele auch geblieben, die im letzten Jahr schon da waren. Und ja, der Trainer ist geblieben, dann verändert sich oft nicht ganz so viel. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass sie besser geworden sind. Das ist, glaube ich, klar. Über neue Verpflichtungen auch noch, über Personalwechsel sind sie noch mal besser geworden. Sie sind gut in die Saison gestartet und dementsprechend haben sie auch eine breite Brüste und wollen das sicherlich auch zu Hause zeigen. Dann werden wir noch kurz einen Blick auf unsere Mannschaften. Es gab den einen oder anderen Angeschlagenen zumindest. Wie ist das Team aus dem letzten Heimspiel insgesamt rausgekommen und wie waren deine Eindrücke unter der Woche? Ja, es ist so, dass Carlo noch nicht trainieren konnte. Bisher hat er heute separat trainiert mit dem Gefühl, ja, könnten wir vielleicht morgen noch mal versuchen, ob da was geht oder nicht geht. Robin Fellauer ist diese Woche in das Training eingestiegen. Der konnte trainieren. Alle anderen sind auch relativ gesund rausgekommen aus der Woche. Ein, zwei Jungs mussten wir schon. Es geht ein bisschen, diese Magen-Darm-Geschichte geht rum, mussten wir schon im Training. Aber so, dass ich das Gefühl habe, dass einer ausfällt, ist es im Moment nicht. Kevin Kofi, wie gesagt, ist noch nicht so weit. Er macht auch die ersten Schritte, kann möglicherweise morgen schon auch mal mit der Mannschaft trainieren. Also, wir werden insgesamt vollzähliger, was dann eben auch bedingt, dass es mehr Entscheidungen geben wird, die vielleicht auch nicht so gut ankommen bei den Jungs. Das ist aber eben auch normal in der Liga, wo wir sind, dass wir da Qualitätsspiele haben, die vielleicht nicht von Beginn an spielen werden und möglicherweise auch Jungs, die nicht in den Kader kommen, dabei haben, die eigentlich das Zeug dazu haben, auch in der zweiten Liga zu spielen. Vielen Dank. Ihr habt mit Sicherheit Fragen und wir haben noch mal das Mikro für euch. Letzte Bauart, Maurice Neubauer mit Magen-Darm-Virus, Jadda, komplett ausgeschaltet. Ist das gebeugt, diese Magen-Darm-Virus? Also, wenn alle dann so eine Leistung bringen wie Maurice an dem Spieltag, dann kann das von mir aus so sein. Also, Maurice hat das toll gemacht. Er hat sich echt gequält. Das Gesicht sprach er für mehrfach auswechseln. Er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat das durchgezogen. Also, das muss man einfach sagen, das war eine große Leistung, die er sich da abverlangt hat. Letzte Woche hatten wir darüber geredet, dass es eventuell ein Spektakel geben könnte gegen Hamburg, wenn die offensiv spielen. Jetzt hört sich das so an, Dreierkette, Fünferkette, machen nichts für einen Spielaufbau, spielen lange Bälle. Das wird ein zähes Ding. Nee, ich habe nicht gesagt, dass die Wehner nichts für einen Spielaufbau machen. Sie haben auch eine mittelange Bälle. Sie haben aber auch Möglichkeiten, über die Flügelspieler zu kommen. Sie haben Möglichkeiten, durch die Mitte zu kombinieren, haben mit Lee da eben auch nochmal einen Spieler dazugewonnen zu Throws und Häuser, die wirklich quirlig sind, die beweglich sind, die auch Doppelpiste suchen. Also, sie haben schon verschiedene Mittel, um uns gefährlich zu werden. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass sie offensiv auch mitspielen werden und spielen werden. Sie haben eine gute Verteidigung. Das ist in den ersten Spielen klar geworden. Verhindert aber nicht, dass sie sich nicht nach vorne auch einschalten. Also, Spektakel habe ich am liebsten. Das ist klar. Aber wenn es von mir aus ein zähes 1-0 wird, wie es zum Teil gegen Osnabrück dann eben sich darstellte, nehme ich das auch gerne. Letzte Woche gegen Hamburg zum ersten Mal so ein 4-3-3 mit drei defensiven Mittelfeldspielern. Davor auch schon viel variiert. Ist das jetzt das andere im Vergleich zur dritten Liga, dass immer zu jedem Spiel irgendwas Neues kommt oder kommen muss? Ein Stück weit kann das sein. Also, in der dritten Liga haben wir auch schon Dinge verändert, immer wieder angepasst hatten. Auch die Dreierkette im Repertoire und immer wieder Positionierung, wo ich sage, da wollen wir die Jungs hinbringen, wo wir Räume sehen, wo der Gegner vielleicht nicht so gut besetzt ist. Das haben wir schon auch in der dritten Liga gemacht. Der HSV hat speziell gespielt, muss man ganz klar sagen. Das war für mich kaum anders aufzuhalten. Es gibt die Kollegen, die auch andere Versuche hatten und zum Teil auch da ordentlich gegen gespielt hatten. Wir hatten die Idee, das am besten so zu lösen und ich fand es auch gut. Wie weit das jetzt dauerhaft sein wird, dass wir permanent Systemwechsel machen, weiß ich noch nicht ganz genau. Muss ich sehen, was die kommenden Gegner eben auch noch alles so machen. In der dritten Liga war es irgendwann auch das Gefühl, bringen unsere Jungs die besten Spiele auf ihre Position. Dann reicht das auch, auch wenn wir vielleicht taktisch dann ein paar Lücken mehr haben, auch im Verteidigen nicht ganz so gut zustellen können. Aber wir sind dann ein Stück weit besser als die anderen und das kann zu einem Ergebnis führen. Jetzt würde ich sagen, ist das nicht immer gegeben und dementsprechend müssen wir unsere Anpassungen auch regelmäßig machen, bis vielleicht auch bei uns so klar ist, okay, wir können auch unser Ding durchziehen in einem System. Aber im Moment ist es eher so, dass ich sage, es wird immer wieder Anpassungen geben. Dann zu Wien, das ist noch gar nicht so lange her. Du hast es ja auch angesprochen. Was muss denn anders werden als zu Jahresbeginn, als ihr in Wien nicht ideal in das neue Jahr gestartet seid? Ja, es ist halt da auch möglicherweise auf ein taktisches Thema zurückzuführen, aber wir waren halt da leistungsmäßig einfach schwach auf mehreren Positionen. Und das dürfen wir uns halt gegen Wien nicht erlauben und dürfen uns auch in der Liga nicht erlauben. Ja, also wir müssen schon alle nahezu an Bestleistung kommen, damit wir in Wien was gewinnen können. Und wie gesagt, das war in Wien in dem Spiel nicht der Fall. Wir haben da wirklich nicht unsere Chancen gehabt. Wir haben nicht unsere Meter gleichzeitig gemacht, die wir einfach machen müssen, um den Gegner gut zu verteidigen, aber eben auch um Laufungen nach vorne abgestimmt zu machen. Also da hat vieles nicht gepasst. Ich glaube, das Spiel brauchen wir dann auch nicht mehr so thematisieren, weil es außergewöhnlich schlecht war von unserer Seite. Hilft das aber vielleicht eine Motivation auch für einzelne Spieler, dass sie sagen, okay, da habe ich besonders was gut zu machen? Ich glaube nicht, dass das eine Wiedergutmachung ist. Wie gesagt, ich würde gerne gegen Wien auch gewinnen. Das ist klar. Die Jungs wollen jedes Spiel gewinnen. Davon gehe ich einfach aus und das hat auch jeder bisher so transportiert. Wenn man mal ein schlechtes Spiel macht, dann kann man das nicht mehr gut machen, weil es ist schon passiert. Und klar ist so, dass wir gewarnt sind vor Wien. Sie haben da schon auch einige Möglichkeiten gehabt, auch im Konterspiel Möglichkeiten gehabt, dass wir da aufmerksam sein müssen und sicherlich eine bessere Leistung bringen wollen als zu Jahresanfang. Das ist klar. Aber jedes Spiel ist wirklich auch einzeln zu nehmen. Bei uns sind ein paar andere Spieler auf dem Feld und bei Wien und Wiesbaden genauso. Sie haben nicht nur mit ihm, aber mit ihm am intensivsten eben gesprochen, mit Paul Wanner. Was sagen Sie ihm, wo sehen Sie jetzt in der Phase diese Sache, wo er sagt, okay, da muss er am meisten anpacken, dass er uns genauso weiterhilft oder noch mehr weiterhilft, wie er es jetzt schon getan hat? Ja, es sind immer wieder Einzelgespräche, die ich führe mit Spielern nach den Spielen, um die Bewertung des eigenen Spiels zu hören, vom Spieler und Spielerseite eben auch meine Bewertung dann einfließen zu lassen und Verbesserungsvorschläge eben auch zu bringen, dass die Jungs wissen, okay, daran will der Trainer, dass ich arbeite und sie haben dann Fokus im Training, das auch zu tun und kriegen dann eben auch nicht überraschend dann Hinweise, wenn das mal im Tretendstepper hat. Aber was wollte erarbeiten? Ja, ich wollte noch weiter ausführen. Das war doch nicht fertig. Du wolltest politisch dann... Nee, 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 nee. Das war Teil 1 der Antwort. Und der zweite Teil ist so, dass sicherlich diese Intensität, die wir in der zweiten Liga haben, für ihn dann eben auch nochmal ein bisschen anzupassen ist, dass es etwas spezieller ist, was in der Regionalliga Bayern nicht ganz so war für ihn. Da war er sehr stark auch im Offensivbereich unterwegs, konnte seine Aktion nach vorne machen. Und klar hat er auch seit der Profizeit schon gehabt. Nichtsdestotrotz muss er bei uns eben auch diese Intensität im Verteidigen immer wieder auch bringen. Und das muss er im Training eben vorbereiten, dass er das dauerhaft dann im Spiel auch kann. Und dass klar ist, dass wir einen jungen Spieler haben, der seine Entwicklung noch braucht, ist klar. Ich würde ihn gern torgefälliger noch sehen, dass er mehr Richtung Tor kommt. Diese Idee, wenn irgendwas passiert, dass er da in den 16er rein möchte, waren ein, zwei Themen, die ich angesprochen habe, ohne das jetzt weiter auszufüllen. Er durfte anfangen. Manuel Feil, seit gefühlt, ich weiß gar nicht wie vielen Spielen, das erste Mal nicht. War das trotzdem, du hast zwar gesagt, es wird unpopuläre Entscheidungen geben, aber auch für dich eine besondere Entscheidung, um mit ihm das zu klären. Wie hat das aufgenommen? Nee, es ist keine besondere Entscheidung. Ich glaube, dass die Jungs dauerhaft wissen, dass ich bestmöglich für den Erfolg entscheide. Und das, unabhängig von persönlichen Dingen, wie lange haben wir schon zusammengearbeitet und wie gut verstehen wir uns, das ist völlig irrelevant für eine Entscheidung. Wer spielt am Wochenende dann, um für uns den Erfolg einzufahren und wer kommt rein? Also ich bin erst mal froh, dass wir nochmal Spieler dazu gewonnen haben, die auch von der Bank eben Spielentscheider sein können. Und das finde ich gut. Und wenn das Manu ist, glaube ich, dann freut er sich genauso. Wenn er von Beginn an ran darf, freut er sich auch. Er hat schon im Training sich wieder so gezeigt, dass er sagt, okay, er hat gemerkt, die letzten beiden Spiele vor dem HSV-Spiel waren nicht so besonders. Und jetzt ist er ein bisschen befreit da einfach und sagt sich so, jetzt kann ich wieder einfach loslegen. Das sind die Reaktionen, die ich dann auch erwarte. Hier darf keiner beleidigt sein oder irgendwie schlechte Laune verbreiten, weil wir sind in der zweiten Liga. Wir gehören zu einem tollen Team. Und das hat der Manu sicherlich auch ganz, ganz mannhaft genommen und weiß es auch einzuschätzen. Hätte der Samstag noch keine Optionen. Carlo Sickinger aber schon noch in deinem Kopf? Also Entscheidung morgen oder? Ja, wir werden morgen überlegen, was zu tun ist. Dann die wichtigsten Fragen. Hat Rudi Völler die Woche bei dir nicht angerufen? Ja, über diese hypothetischen Dinge werde ich keine Antwort geben. Also, dass das höchst unwahrscheinlich ist, ist klar, aber trotzdem reicht das als Antwort schon. Aber hast du dir irgendwie im Grunde die Bundestrainerentscheidung mal gemacht, deine Meinung zu haben, so ein neuen Personal? Ich habe sicherlich eine Einschätzung, wo ich sage, ja, könnte der sein, könnte der sein. Aber letztendlich, ich weiß nicht, ob es eine Trennung werden musste. Ich bin nicht so nah da drin, dass ich irgendwas beurteilen könnte, was die Öffentlichkeit anbelangt. Dass ich natürlich in meinem privaten Kreis meine Einschätzung mal gebe, ist klar. Aber es muss nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Guck mal, das ist ja ein Respekt. Und ich mache mal weiter da, war gerade spannend. Also, Paul Wanner hat Champions League gespielt und ein Nagelsmann war jetzt Bundesliga in Stuttgart. Und sie kommen jetzt und sagen, die müssen unsere Intensität kennenlernen. Also, wenn sie Bundestrainer wären und hätten jetzt diese 20, das kriegen sie ja gar nicht mehr hin mit der Intensität bis zur EM. Es ist immer eine Frage der Zeit dann. Also, es ist schon so, dass es machbar ist, glaube ich. In der dritten Liga, letzte Saison, gab es zwei, drei Spieler auf der Bank, wo man gewusst hat, wenn die reinkommen, kann was passieren. Ohne jetzt Namen zu nennen, aber in der Saison hat man Spieler, da weiß man, es passiert was. Wie anders ist das und wie früh denken sie dran, ich müsste jetzt schon wechseln und diese Spieler rein? Ja, es ist so, dass ich, wie gesagt, sehr froh bin, dass das passiert. Ja, wir sind einfach in der zweiten Liga und ich glaube, die Jungs wissen das auch ganz klar, dass sie ihren Wert haben. Und wenn sie reinkommen, dass sie heiß drauf sind, das Spiel auch mit zu entscheiden. Ich glaube, das ist klar geworden und ich glaube, auch in der Trainingsqualität, die wir haben im Training, dass jeder weiß, boah, der ist aber auch gut. Ja, der hat nicht gespielt. Ja, das ist, glaube ich, für uns ganz klar. Und diese Anpassung an die zweite Liga, die mussten die Jungs nehmen und ich habe meine Erfahrung gemacht im Laufe der letzten Wochen, wo ich auch sage, ja, das ist ganz normal, dass wir das anpassen müssen. Und wie gesagt, die Jungs, die können sich wirklich auch glücklich schätzen, dass sie in der zweiten Liga sind. Viele sind mit uns da hingekommen, ja, über unseren Weg. Und deshalb kann ich Knatscherei und Missmut überhaupt nicht tolerieren, weil wir eine tolle Saison vor uns haben. Wir haben schon tolle Spiele gehabt und jeder darf sich dazugehörig fühlen. Und schön ist, dass wir Spieler haben, die wirklich gut sind und dann nochmal Schwung reinbringen können. Und wie gesagt, dieses Gefühl, dass alle dazugehören, haben natürlich die, die dann vielleicht nochmal Spiele entscheiden, nochmal ein bisschen mehr, weil sie eben auch Spielentscheider waren. Aber auch die, die nicht reinkommen oder eben hinten sich nochmal in alles reinwerfen, die haben genauso viel dazu getan. Und die, die vielleicht nicht spielen, die treiben aber die anderen Jungs eben auch zu einer besseren Leistung an. Und das ist auch wieder gut, dass also jeder weiß, ich darf dauerhaft gute Leistung bringen und früher durfte ich mir mal zwei, drei schlechte Spiele erlauben. Da hat der Trainer weiterhin auf mich setzen dürfen. Jetzt kann es sein, dass es eben auch dann schneller eine Konsequenz gibt, weil die anderen Jungs, die gut sind, darauf warten, auch ihre Chance zu bekommen. Das ist ganz normal, ohne dass ich, wie gesagt, den Jungs relativ schnell das Vertrauen entziehen möchte. Das hat jeder und, wie gesagt, diese Erfahrung, dass die Jungs, die auf der Bank sitzen, auch enorm wichtig sind, dürfen die Spiele halt weiterhin machen und sich gut fühlen. Und ich glaube, das ist gegen Osnabrück vor allen Dingen auch sehr gut gelungen, dass da klar geworden ist, für alle Beteiligten ist gut, dass die zwei eben bei uns im Kader sind und da reinkommen und die Entscheidung in Osnabrück herbeiführen können. Und wenn es häufiger noch passiert in der Zukunft, sind wir, glaube ich, alle glücklich, wenn wir Siege einfahren. Und das ist das, warum wir hier zusammen sind, dass wir unser Spiel nach draußen tragen, unsere Spielfreude nach draußen tragen, aber letztendlich auch, dass wir ein Ergebnis haben, was uns glücklich macht. Und das ist meistens eben ein Sieg oder eben manchmal, wenn wir mal unterlegen, ist vielleicht auch ein Punkt. Wenn man jetzt die ersten sieben, acht Wochen, die es jetzt schon sind, holt, mit allen verrückten Eventualitäten, die passiert sind, ist es vielleicht sogar gut, dass man jetzt im Schnelldurchlauf die zweiten Liga kennengelernt hat, was so alles passieren kann? Ja, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, es hätte auch noch besser laufen können. Da wären wir, glaube ich, auch ganz glücklich gewesen, dass wir sagen können, wir sind doch super angekommen in der zweiten Liga. Wir haben jetzt schon ein bisschen was durchgemacht. Das ist für die Mannschaft sicherlich, was die Mentalität anbelangt, was die Stabilität anbelangt, gut gewesen. Ja, dass wir aus drei Niederlagen es geschafft haben, zwei Siege einzufahren, war wichtig für die Mannschaft, dass auch klar ist, dass jedes Spiel einzeln zu nehmen ist, dass wir nach Fortuna Düsseldorf eben dann in Osnabrück sehr stabil gespielt haben, war wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, unterschiedliche Systeme zu spielen, die dann aber auch zum Erfolg führen. Es sind auch wichtige Erkenntnisse, die die Mannschaft haben darf. Insofern sind schon in ein paar Wochen und in ein paar Spielen einige Dinge passiert, wo ich sage, das gibt schon auch Selbstvertrauen und ein Fundament, was die Mentalität anbelangt, was gut ist. Du hast noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar gegen HSV war es auch wieder so, dass man 2-0 geführt hat und dann kurz vor Schluss, beziehungsweise kurz vor Schluss, umso länger das Spiel noch gedauert hat, umso mehr kam die Mannschaft meines Erachtens so ein bisschen ins Schwimmen. Haben die Leute auch alle drauf gesagt, woran denkst du, liegt das? Es ist, glaube ich, offensichtlich, dass wenn ein Gegenzug fällt und es sind noch ein paar Minuten zu spielen, dass man vielleicht ein bisschen überlegt und der Gegner auch nicht mehr überlegt, sondern alles auf eine Karte setzt und dementsprechend mehr Möglichkeiten nach vorne dann auch entwickelt und Bälle zufällig dann irgendwo hinfallen. Und ich sage mal, gegen den HSV ist halt eine besondere Qualität da. Gegen Rösterblatt und anderen Dingen, meiner Ansicht nach, brauchen wir nicht nochmal thematisieren. Und gegen Kaiserslautern ist es so, dass ich sage, Kaiserslautern ist einfach auch gut. Ja, das haben die Spiele dann nachgezeigt. Und wir sehen, dass Woche für Woche in jedem Spiel, dass Mannschaften, die führen, auf einmal Schwierigkeiten bekommen. Das ist in der ersten, in der zweiten Liga halb Thema. Selbst die Bayern kriegen gestern noch das 3-2 rein, das 4-3 rein. Ja, überall passiert das. Und bei Top-Mannschaften passiert das. Das kann das sein. Und ich bin froh, dass wir eben diesmal die Erfahrung gemacht haben, okay, wir kriegen nicht das 2-2 noch ein. Und ja, hatten Nikolas dafür, wir können es vorher noch besser verteidigen, ist klar. Aber auch das ist so, dass es nicht zwingend so ist, dass wenn der Gegner zum Schluss noch eine Torechancen hat, wie Rostock zum Beispiel, und die dann reinschießt. Ja, das ist auch nicht immer gegeben. Das haben andere Mannschaften auch gemacht, dann heißt es, oh, super verteidigt. Und die haben so einen Torevorsprung über die Zeit gebracht. Da erzählt keiner mehr, dass die anderen die Chancen möglicherweise kurz vor Schluss vergeben haben. Für uns war es eben eine Erfahrung, dass wir einen Vorsprung dreimal hintereinander nicht verteidigt haben. Wo alle dann auch drauf gewartet haben, okay, jetzt passiert es wieder. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Erfahrung, dass es nicht passiert. Und dass der HSV in der 89. dann ein Tor schießt, ist bemerkenswert. Das erste Tor schießt gegen uns. Das finde ich erstmal dann positiv, dass wir so lange gut verteidigt haben, ist sehr gut. Und dass dann vielleicht auch nochmal so eine Welle kommt und der Gegner alles riskiert. Und die müde Beine bei uns dann eher müder werden und beim Gegner dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Frische kommt. Das ist auch so. Aber letztendlich brauchen wir auch das, dass wir auch bis zum Schluss das besser verteidigen. Also die letzte Torschein darf in der Form nicht mehr passieren. Da müssen wir vorher besser verteidigen. Das müssen die Jungs auch spüren und wissen, dass sie eher den Weg zum Tor zumachen müssen, als 16er irgendwie zu sichern. Noch weitere Fragen? Es sieht nicht danach aus. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Kommen. Wir sehen uns dann zum Teil am Samstag in Wiesbaden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.